hallo hier ist der martin von moneymankees dass die dachsanalyse für nun freitag den fünften fünften 2023 und damit auch den wochenabschluss der ersten zwei woche ja und unser dachs bereitet sich hier vor der wachs noch mal ordentlich das brett auf vorsicht der grenzt wie so ein kleines dreckschwein wir als hatte hier noch mal was vor und man kann das auch ein bisschen erahnen von der bewegung her wir haben über die sks schon gesprochen wir haben über den support bereiche gesprochen haben insbesondere auch über donnerstag gesprochen hin und her laufen und so weiter haben gesagt wenn ihr hier unten eine schöne grüne h1 reindrückt die kam recht spät später als der ein oder andere vielleicht geglaubt hätte die kam erst am nachmittag hier unten nach 14 uhr eine erste h1 das ist ja halt zwei hier das heißt hier sind immer zwei kerzen zusammengefasst die erste stunden kerze die kam hier unten hat dann auch gut bewegung erst mal nach oben ausgelöst ich hatte auch ich glaube ich sogar erzählt das wäre so eine klassische stelle wo ich dann eben auch mal lang gehen würde mit stop loss eben drunter das risiko war jetzt hier verdienbar also das ist jetzt nicht schlecht anlaufen aber ein bisschen unter der erwartung zurückgeblieben was er hier hoch zugemacht hat und dieses langsame hochkommen dieses deutlich tiefere tief drunter ziehen das lässt hier schon fast eine verkeilung erahnen und eine verkeilung kombiniert in der sks wird natürlich jetzt richtig hässlich weil weil wir zum einen die sks haben die nach unten auflösen kann ja also wir haben das auch gerade hier noch weiß ich vor einer knappen stunde im premium dienst rum geschickt die sks wenn die löst das haben wir hier auch schon besprochen eine mockenanalyse die hätte er jetzt hier bei 15.400 bis 15.350 wenn der markt hier runter einfach runter damit ist die übrigens schon aktiv der ist schon in der nackenlinie drunter gewesen ja also die sks an sich als formation hier zack 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 die ist schon aktiv ja das heißt die könnte jetzt sogar schon ausspielen um sich eben das ziel zu holen müsste dafür jetzt konstant nach unten durchmachen und da wird der da würde der vor die verkeilung sperren und zwar im bereich um 640 640 bis 600 das ist so die untere keilkante und wäre natürlich übelst drecks viel modus wenn er wirklich 640 600 runterkommt die verkeilung ausspielt alle denken der macht es die sks bricht die range nach unten alle freuen sich schon hauen die hände zusammen und dann macht er eine umkehr mit einem richtig fetten v stellt sich mega hoch raus dann geht er an die 800 raus gebt im montag gleich mal 50 100 punkte oben raus und rennt direkt zum allzeithoch in der nächsten woche das wäre richtig dummes misfit dax modus also das wäre die absolute oberkür könnte man sagen ja das wäre für ein dax ein move wie wir in 2000 fach schon gesehen haben wo alle leute wieder dastehen als sie handeln in dax nicht mehr der so der ist doch so manipuliert das geht alles nicht mit rechten dingen zu aber genau so würde er es dann machen in diesem szenario wenn das noch fieser machen will schließt das okay hier unten auf der unteren keilkante den freitag und geht hier tief raus das wäre noch fieser dann wird aber schwieriger um die umsetzung zum handeln ja weil wir dürfen auch nicht außer acht lassen die sks ist aktiv spielte die verkeilung nicht an rennt durch die keilkante einfach durch ist das ziel klar 400 15 415 350 deswegen würde ich persönlich wie ich das jetzt handeln wir haben mehrere möglichkeiten natürlich müssen wir auch immer eine variante nach oben mit einplan das heißt keilbruch nach oben mit vorherigen tief oder ohne vorheriges tief wenn der dax über 800 um raus läuft über 800 830 spricht seine verkeilung bricht sogar ein bisschen die sks auf und würde sich oberhalb von 830 800 wieder platz bis 940 und 16.000 machen das heißt ich persönlich würde oberhalb von 800 long so weiterhin bleibt komplett gleich ja oberhalb von 800 long haben auch von gestern gesagt da hat er nicht angespielt ist ja hier kaum rausgekommen ist bloß von unten an die 800 rang gestoßen wieder umgekippt wie so eine bleibe an ende aber das würde ich beibehalten also oberhalb von 800 würde ich immer wieder nach long setups auszuhalten das heißt nicht dass ich punkt 801 long gehe sondern wenn der markt sich einfach über 800 schiebt und er macht dann dort eine flacke an den drei oder irgendwas was mir ein signal nach oben gibt dann handel ich lang also ich suche quasi long setups oberhalb von 800 500 nach das ist erstmal auslegung eins um mir eben oben ein bisschen das risiko abzufangen dass er uns hier abhaut weil rein vom trend her wäre es ja dran schon längst überfällig oben mal abzuhauen deswegen würde ich immer wieder oberhalb von 800 lang so wie würde ich weiter umgehen ich würde gegebenenfalls wenn er schwäche zeigt relativ früh vielleicht sogar einen kleinen short probieren meinen vorsichtigen short probieren weil ich sag mal sowohl die sks als auch die verkeilung hätten ja beide ihren aktions punkt eigentlich hier so in dem bereich um 640 bis 600 und das sind ja noch mal knapp 100 punkte die nach unten gehen können das heißt bleibt jetzt unter 800 dreht sich hier ab hätten wir noch mal eine kleine strecke die man ich sag mal in einer erhöhter wahrscheinlichkeit der sks auflösung und der verkeilungs fortsetzung nach unten begleiten könnte bis zu einem neuen tief hier drunter ja 640 600 dann würde ich sehr sehr genau hingucken was macht er dort an der unteren keilkante kommt dort wieder eine stunde grünen stund gerne würde ich noch mal probieren ich würde noch mal dort ansetzen und die 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 kontaktionen einfach traden in verdacht auf eine verkeilung ja dass die verkeilung dann hier ihren tiefpunkt findet nach oben auflöst obere keilkante aufsprengt und nach oben raus exportiert das was ich gerade vorhin erzählt haben dieses miss viel modus dax machte das aber nicht und bringt keine kontakt kerze bleibt auch unter 600 wird unter 600 noch versuchen short zu suchen ich gehe dann nicht verstehe das nicht immer falsch ich gehe dann nicht bei 15.500 15.599 short weil ich sage ich gehe unter 15.600 suche short nein sondern ich gucke unterhalb von 15.600 was ich für muster ausbilden um dort shorts zu suchen ich gehe nicht aktiv mit dem ersten punkt darunter short rein sondern wenn sich dort eben entsprechende pattern ausbilden untergeordnet im tagesverlauf die dann eben ein short suggerieren dann würde ich unter 600 versuchen in die 400 und die 350 rein zu traden das wäre so was ich im sinn hätte oder wie ich damit umgehen würde und habe aber spannender tag also wirklich nicht sehr gespannt ob wir hier ein miss viel titelbild machen könnten miss fiete bild am am freitag für die für die an nächste analyse oder was er hier ausbringt also über 800 ist für mich so ein knackpunkt bleibt unter 800 hätte ich das neue tief hier noch ein bisschen fokus dann dort genau gucken wie macht er unterhalb short wenn dann schön konnte macht versucht die verkeilung anzuspielen also genau auf der verkeilungslinie am besten mit kleinem über ist das erlaubt und dann schön nach oben anziehen sowas könnte ich mir auch vorstellen für eine longposition ja und daher würde ich sagen lassen wir es dabei auch gut sein machen wir zu oder jo von daher gutes gelingen viel erfolg haben wir uns morgen wieder bis dahin tschüss vielen Dank ich danke